Wir haben hier einen Zuschauer, einen sehr zufriedenen Zuschauer. Herr Krämer, Sie sind von einem Zuschauer zu einem Werbepartner geworden. Erzählen Sie mal bitte den anderen Gewerbetreibenden und das ist jetzt unsere Referenz. Ja, also ich habe TV überregional immer im Facebook beobachtet und die YouTube-Videos und habe sehr interessant das verfolgt immer und jetzt als Gewerbetreibender war für mich das klar, dass ich zu TV überregional komme und den Herr Döll kontaktiere und bin sehr zufrieden und ich kann nur jedem Gewerbetreibenden empfehlen sich bei ihm Herr Döll zu melden und er macht alles super für die Werbung und alles super für die Homepage und alles um die Firma bekannter zu machen und Sie haben es gemerkt, als wir abends dann uns getroffen haben. Bis zum nächsten Morgen waren schon ein paar Berichte im Internet. Sie haben die Reaktionen gemerkt auf der Google-Seite? Ja, also die Reaktionen waren gleich innerhalb von ein paar Stunden ganz anders und man hat gesehen gehabt, dass viel mehr Nachfrage da ist und dass man auch schneller gefunden wird und deswegen das war sehr, sehr, sehr gute Arbeit von Herr Döll. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.